Ganz kurz. Philosophisch gesehen kann ich das nicht beantworten, rein pragmatisch. Ich bin Tilt Vormeister, der Fachbereich ist leider für Film, Fotografie und auch Kreation an der Fachhochschule in Salzburg. Und ich bin hier, weil ich dieses Festival initiiert habe, jetzt im vierten Jahr, weil ich glaube, dass Kreativität die Welt verändern kann und dass die Leute, die hier sind, mit der Kreativität das Leben der Menschen verbessern können. Und das ist unser Ziel, was wir eigentlich hier anvisieren, die ganze Zeit schon. Meine Botschaft in die Welt wäre, nie aufzugeben. Es gibt immer eine Lösung. Und wenn man out of the box denkt, dann fallen einem Lösungen ein, wo normalerweise eine Wende sind. Das heißt also, man darf einfach nie aufgeben. Das heißt, es ist nicht alles schlecht. Die Erde geht zugrunde. Nein, es stimmt gar nicht. Du müsst nur immer wieder weiter daran denken, neue Lösungen zu finden. Das ist ganz einfach. Also, es ist zwei Wende. Das ist eine Schrift